Ja und hier sind wir schon am nächsten Punkt. Hier sind wir auf dem Wall. Früher war das hier die Begrenzung der Stadt Göttingen. Mittlerweile sind wir natürlich weit darüber hinausgewachsen. Jetzt ist der Wall eine sehr sehr beliebte Joggingstrecke bei ganz ganz vielen. Achtet nur darauf, jetzt wie ihr eventuell ein bisschen sehen könnt, ist er zwar an manchen Stellen beleuchtet, aber nicht an allen. Also wenn ihr abends hier joggen geht und nachts nimmt so eine kleine Kopfleuchte mit, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr hier nicht im Dunkeln völlig seid. Ein kleiner Neben-Fun-Fact, der Wall ist Pi Kilometer lang. Ihr wisst natürlich alle, wie viel Kilometer das sind. Und jetzt gehen wir dem Wall entlang und zwar zum Deutschen Theater.